so mein lieben da sind wir auch schon wieder kann man sich gleich fühlen ja also ihr müsst das mal so sehen ja guckt mal wir hatten gerade eine kleine pause so von drei minuten der hält den stadt immer noch oben das heißt er hält immer noch die taste gedrückt wahrscheinlich die muss ja nicht gedrückt werden ach so okay so im vorigen part haben wir gelernt wie wir es nicht machen jetzt machen ist richtig so denn hierhin hier das musst du immer für mich hoch machen irgendwie ja das hast du sehr gut gemacht so die amal und tönt die amal und wo ist jetzt mein greif haben ein kreppel in hoog kukka kukka ja alles für gut mit dem damm war da zumalte mich gucken ob der drüben weil guck mal hier ist eine Sphäre ja schieß ich mal gegen das kannst nur du muss jetzt hinterher joinen warte mal ach so dann join mal dann muss ich ja auch zurück Baby join me in this Baby join me in English du fliegst an die Wand wie Spider-Männer ist ja komisch guck mal dann können wir dann nämlich hier lang hier irgendwie runter und von hier kommen wir oder? ja boah wo ist denn dann der Schalter den wir aufmachen müssen das Ding muss die Mauer da aufmachen und dann muss der andere Ball auch zurück gehen mach mal hier ich komm nicht hoch nee äh weil wir haben doch hier glaube ich dieses Gitter hier nicht aufbekommen ja ja müssten wir mal gucken wie wir das aufmachen bevor wir irgendwas starten das macht nur das auf und hier oben das macht nur das auf hä was macht das auf und das hier unten da ist noch was unten da fliegst du da ja du quetschst mich hier um ein im Bild ich kann mich gar nicht mehr bewegen wir müssen mal irgendwie zusammen kommen lauf mal hoch da hoch ich kann nicht hoch ey sag jetzt nicht du bist jetzt kommst du da wieder raus? ne echt nicht? so nicht warte ich lade den letzten Punkt das gibt's doch nicht man du Penner concentration activated concentrated concentration 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 was? was? wo sind wir denn hier? so rennst du denn jetzt schon wieder hin? ja gar nicht so jetzt gucken wir uns das mal nochmal genauer an hier ja die Lampenentzündung ja da geht's nicht lang so also das kann ja nicht so schwer sein wir sind ja hier ja ich glaube wir müssen erst hier da unten unten ja du machst dich sehr gut als Stabhalter ja also hier oben noch so ein Ding wo wir nur eine Kugel offenbar haben ach nee wir haben ja bei den anderen was wir aufmachen denn noch eine Kugel ne ja ich meine die haben wir mit was für ein Ding wie bekommt man denn jetzt hier an das eine Gitter da auf ja das versuchen wir jetzt gerade nachzugehen das macht die Kugel in Gang setzen so vielleicht macht das auch das Gitter auf nee na gucken wir gleich an machen wir erstmal die Sphäre hier die wird schon irgendeinen Sinn haben denke ich hm man so okay so bleib mal ja genau bleib mal da und wir gucken jetzt mal ob das aufgeht das hier ne hm nee dann geh rauf ne siehste jetzt hast du es in Gang gesetzt ähm ja gut ich muss kurz mal den Stab runter jetzt komme ich ihm nicht hoch ja okay hier oben lang brauchen wir jetzt nicht mehr ne da war ja nix ja schieß mal ich müsste es mal kurz das ist ja schon rot scheiße nee das wird nicht warte 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 oh warte was machst du okay nochmal so wie wir es immer gemacht haben ich fange an am besten so wenig wie möglich äh Stab runterhalten also nur wenn ich da da rüber muss irgendwie ja okay kann man die sich greifen da hin nee nee so ja reicht schon okay 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 haken ach nee hier ja schön schön halten ich gehe mal einfach nochmal hier rauf nochmal hier rauf hier rauf und hier lang weil hier ging es ja runter gab es noch irgendwo gab es noch irgendwas irgendeinen scheiß Druckknopf ja unten ja ob das der ist nee da ist noch eine Sphäre die haben wir gar nicht kaputt gemacht siehst du aber guck mal die muss da hätten wir nur noch das da aufmachen müssen wo die Hube warte ist ja 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 okay ja ja jetzt kann ich ein Stab unternehmen jetzt mach mal die Sphäre da im Arsch dass ich irgendwo hinkomme also hat es geklappt oder wie ja dann stelle ich mal war nur zu langsam irgendwo hin wo du brauchbar bist du warst nur zu langsam ja stand der teilweise nur rum eigentlich super okay so wie war das jetzt immer hier dann werden wir drauf machen das gleich runter hier runter ja 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 manu scheißampel hier rüber genau hoch reicht so rüber auf der krepp mann hockscheißen auf da rauf ist ja ja dann das was drauf bleiben ach so nächste mal ein bisschen deutlicher reden so okay weiter ich muss hier lang muss ich jetzt hier lang oh god hier lang hier lang muss man kurz hier anschließen ich muss mal kurz was anschießen hier muss man rauf ja das war es ja naja ging was noch hin und wo jetzt dahin ach nee okay das wäre denn das wäre dann da lang dann muss man hier unten nochmal rauf ja ok so dann mach mal das was du machen sollst und nicht was du nicht machen sollst mach mal hier 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 ja lass mich da lass mal durch hier ach so okay jetzt schaffen wir es ne nehm ich mal an ja ein paar mal hab ich nur rumgestanden ne äh hätte ich länger drauf bleiben müssen ja so los ach so ach so ach so ja recht für plattform unten rauf ja hoch wo ist der hook hier hoch kannst du nicht links rumschwingen links rumschwingen naja egal nee ich muss ja hier hinten lang ach ja naja 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 die backen ist ja noch geld ja ich bin ja noch langsamer und scheiß kugel ja jetzt ziehen da hin und wie wir ziehen da hin halt ja die taste da gedrückt kannst du was machen und umschalten bombe oder so ja ja sehr schön und kommts noch das war geil aber grad noch so ey zum glick haben wir bomben sehr schön der war gut speicher mal hier was speichern ich muss die kugel holen was soll ich wo müssen die jetzt lange hoch oder wo muss wann ja die muss hoch die muss so lass mich die mal nehmen du halt mal schön ein staff da ja wo das kann da kommt ja nur so rüber so jetzt Prozent die Kassel Treppen hoch weiß ich gar nicht Artikel ist durch muss ich was sich herrn gott schalte uns ja springen die weg wie sollen das also das ist ja total kompliziert das ist mein herausforderungsgab was ein herausforderungsgab ist ja so kommen kommen wir gehen das jetzt mal kopftechnisch durch mit so du musst ja muss sie ins wasser ja schon mal rüber du sprichst du nicht wieso ich du kannst auch was machen was sie nicht ja machst du gut also auf jeden fall toll so die kugel ist im wasser so ja im moment die kugel muss doch durch irgendein gitter ich glaube die geht in die richtung ja wir müssen trotzdem hier hoch weil da hinten ist die plattform ja aber hier ja so geht sie darunter ja dann die plattform die musste schon neben kann am gitter bleiben die musste da bis hoch springen man die kann da am ritter bleiben er musste nicht hoch springen also da wo du stehst soll die hoch nee da unten das geht das ja oben vor dem gitter steht sie ja dann ja dann sprengen wir die hier hoch genau dann kommt sie da also dann nehmen wir die hier mit hoch genau sprengen die hier rüber und dann gut na dann ich kann es ja nicht immerhin oder wie kommt man das gitter da auf also ok die sprengung war geil mit der kugel dass man geschafft so ja halt mal schon mal den stab am besten ok ja man scheiße jetzt klick zwischen was die ausrufen am besten da war ein bisschen zu viel power hinter er kommt hier ok start ja so jetzt auf die ist ja schon grünen hier so schön starb halten nach so was muss ich jetzt machen hier hier rüber 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 plattform ah stopp weiter weiter plattform ok ok jetzt hier rauf genau ja oh gott das wird nichts los ich komm gar nicht so schnell also ich kann denn auch hier los machen du machst mir da zu viel du halt einfach mal den stadt da und lass mich ein bisschen was machen und verlieren wir nicht so viel time und verlieren wir nicht so viel time so noch hundertmal na komm achso du Paner also am meisten zeit verlieren wir immer bei diese dinger hier ja kann man die warte mal guck mal her kann man die nicht hoch holen ja das mit sprengen könnte das funktionieren und dann ja gut vielleicht machen wir das bitte kompliziert gerade dann kann ich den stadt die ganze zeit mitzulassen eigentlich ja nee wie das kriegen wir nicht übers wasser die kugel na springen ja meinst du? na ok halt einfach deinen Stab oben da kennt sich ja aus mit Stäbe halten reinhalten reinhalten ich bin nicht tot du sollst den Stab halten oder hält er den automatisch ja hält er achso der greift die auch mal zu die greift nicht zu so jetzt müsste eigentlich alles gehen ok supi 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 falsche Richtung ich kann keine Bombe legen du siehst ja wie die du siehst wie die Bombe liegt und schieb die einfach so wie du denkst dass der Winkel richtig ist nee 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 ach warte mal ja oh Gott die ist aber schon gelb hier ja das wird eng ja ja ok scheiße ich bin tot ich bin tot nein belebt doch mal oh nee jetzt bin ich auch noch oh nee das hört sich an als hätte es geklappt nee hat es nicht doch komm mal her hier da sind doch Brocken durch die Gegend geflogen das war die Kugel ach scheiße das war aber gut wäre ich nicht gestorben hätte ich das geschafft ja ach ach ok ready mhm rett dich im Scanner so das Herausforderungsrad ist die Grenze ok 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 ja ja sehr schön ja schon viel besser als eben ja da war die schon gelb war ja 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 komm ok super super nice alter und das für ein gesundheitsaufbruch was war es? geil aber zumindest haben wir es gepackt ja leute ihr habt gesehen wie man hier raus muss 3 von 5 gräbern haben wir jetzt geschafft geil nice leute so macht man das so professionell wie wir kann das keiner natürlich muss man sich danach immer rasieren genau und deswegen müssen wir auch hier einen kleinen Cut machen weil Bartwuchs ist bei Daddy schon wieder ach das ist ja eine ewige Last das ist ein ewiger Schamhaar Bart das ist eben ein ewiger Schamhaar Bart